Das letzte Mal, dass ich ein Beamer-Evideos hatte, hat ja nicht besonders gut geklappt. Ich habe den ja nie benutzt, weil das viel zu umständlich war. Dieses Mal will ich es aber besser machen. Das ist der Vovoto H8 Smart LED Beamer und der ist richtig, richtig klein. Finde ich richtig cool. Und LED ist praktisch, weil er dadurch weniger Strom verbraucht und leiser ist. Außerdem habe ich hier noch eine Soundbar, DVD-Spieler, der läuft über 12 Volt, ein mobiles Laptop-Netzteil und eine Leinwand. Wow, was für ein cooler VV-Vos. Wow, was für ein cooler VV-Vos. Onzei Samaschi. Wir und Untertitelung. BR 2018 Ich habe noch ein bisschen was mit der Oberfräse hier vor und deswegen muss die Front hier leider wieder runter. Untertitelung. BR 2018 So, jetzt muss ich noch den Beamer ausrichten. Deswegen habe ich auch die Leinwand befestigt, weil bevor ich den Beamer hier fest einbaue, muss ich natürlich wissen, in welchem Winkel der geneigt ist, damit der Ideal hier auf die Leinwand scheint. So, ich bin auf jeden Fall mega happy, wie das Deckenregal geworden ist. Mit der Leinwand bin ich noch gar nicht zufrieden. Die macht noch so dolle Falten und wenn man die immer wegräumt, dann kriegt ihr auch noch mehr Falten. Deswegen will ich auf Dauer auf jeden Fall irgendeine Lösung zum Rollen haben. Ich habe mir schon was bestellt, das ist aber leider noch nicht rechtzeitig angekommen und das seht ihr dann spätestens im Roomtour-Video von diesem Bus. Da wird es nämlich auf jeden Fall noch eins geben, aber bis es kommt, könnte es noch ein bisschen dauern, denn bald muss ja auf jeden Fall erstmal die Farbe außen neu. Also, wenn ihr das alles nicht verpassen sollt, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, bis dann, viel Spaß und macht's gut!